Die Mannschaft UFG Sparkasse Griskirchen-Pötting beherrscht die letzte Runde der Hallensaison in La an der Theia, indem sie sowohl gegen die Gastgeber als auch gegen Krems Münster klare Siege erzielt. Mit beeindruckenden Leistungen im Angriff und einer soliden Teamleistung besiegen sie ihre Gegner und beenden die Saison auf dem fünften Tabellenrang.